Ich nannte sie Seraphin. Ich gab ihnen Zugriff auf experimentelle Waffen und Rüstungen. Habe ich vielleicht die Erschaffung der Hüter durch den Reisenden vorhergesagt? Oder habe ich meine Avatare unabhängig davon als würdig erachtet? Egal was mein eigener Grund war, das Ergebnis war richtig. Du und die Seraphin seid euch ähnlich. Treue Verteidiger eurer Art. Ich habe in der Vergangenheit schon falsch geurteilt. Aufgrund falscher Vorwände und unreiner Moralvorstellungen. Doch du beweist, dass das Serap-Protokoll kein solcher Fehler war. Die Menschheit zu wählen, war vielleicht meine beste Entscheidung. Ich weiß nicht, wie dieser Krieg enden wird. Doch komme was wolle. Wir kämpfen gemeinsam. Doch.